servus willkommen beim buschkoch grüß euch schön dass ihr wieder da seid ja leider bei mir war der router kaputt war jetzt 14 tage lang ohne internet konnte keine kommentare beantworten konnte keine videos schauen aber jetzt ist alles wieder ok jetzt geht es wieder weiter und heute mache ich mit euch einen schönen eintopf mit weißen bohnen und gemüse und einen guten herzhaften bauchspeck drin und wenn ihr wissen wollt wie das geht dann schaut jetzt vorbei für unseren bohnen eintopf habe ich hier suppengemüse knoblauch eine zwiebel petersilie dann zwei kartoffeln und durch wachsenen bauchspeck und natürlich weiße bohnen und gewürzen habe ich hier eine nelke ein lorbeerblatt etwas paprika pulver salz und pfeffer dann brauchen wir später noch ein bisschen tomatenmark und die zwiebeln und den knoblauch habe ich schon klein geschnitten die eingeweichten bohnen koche ich jetzt erstmal ohne salz das gemüse habe ich schon mal klein geschnitten so nachdem die bohnen jetzt circa 45 minuten gekocht haben sind es auch schon ein bisschen weich und jetzt kommt mein bauchspeck rein und den lassen wir jetzt noch mal ungefähr eine halbe stunde circa kochen dann kommt ein bisschen öl in die pfanne da drin schwitze ich jetzt die zwiebeln und den knoblauch an dann kommt das tomatenmark dazu und wird mit angerestet dann gebe ich den paprika mit dazu und tue den auch ganz kurz mit anrösten aber nur wirklich ganz kurz weil der verbrennt sehr schnell jetzt nehme ich hier ein bisschen bohnenwasser und die ist das einfach ein bisschen auf und lasse es noch mal einkochen und das ganze gebe ich jetzt in den topf zu den bohnen und dann kann man auch schon das gemüse dazu tun nun kommen die kartoffeln noch dazu und dann lassen wir das ganze noch mal ungefähr 30 minuten kochen bis das fleisch und die bohnen schön weich sind so nun gebe ich das laberblatt noch dazu den pfeffer und von der nelke nehme ich nur den kopf und dann brösel ich da ganz fein rein dass man später nicht auf seine elke beißt das ist sehr unangenehm und wenn euch das video gefallen hat dann würde ich mich freuen wenn ihr nächste woche wieder einschaltet bei mir lasst mir gerne ein like oder vielleicht sogar abo da das würde mich sehr freuen bis dahin bleibt gesund euer buschkoch servus bis dahin bleibt gesund bis dahin bleibt妹 bis dahin Frances